Zum jährlichen Weltrekordtag sind die neuen Rekordhalter im Guinness-Buch bekannt gegeben worden. Für Basketballer Thunderlord gelten die Gesetze der Schwerkraft scheinbar nicht. Der Sportler versenkte einen Ball in einem Korb, der 15 Meter über dem Boden hing, rückwärts. Fabio Anastasini und sein Bruder Giuliano legten innerhalb von 30 Sekunden insgesamt 32 sogenannte Reisley-Flips hin. Ebenfalls ein neuer Rekord. Rolle vorwärts für Profis. Liateng aus Peking bewältigte, so verrenkt, 20 Meter und brauchte dafür nur 15,5 Sekunden. Neymar Messi aufgepasst. Yuki Yoshinaga aus Japan brach den Rekord im Fußballbalancieren. Der Ball rollte in einer Minute erstaunliche 189 Mal hin und her. Sein Landsmann Yuyo Yamada vergnügt sich lieber mit Hula-Hub-Reifen. Dieses Monstrum hat einen Durchmesser von 5 Metern. 51,5 kmh. So schnell war noch niemand mit einem Raketenrucksack. Auch Richard Browning aus England darf sich ab heute über einen Eintrag im Guinness Buch der Rekorde freuen. fell und die Ware haben. Über zwei víctuous Sorten� rico.